Einmal Lausbub, immer Lausbub. Ludwig ist ganz unschuldig. Das ist vielleicht eine Grippe, das sagen Sie. Zum 65. Geburtstag von Hansi Kraus zeigt Heimatkanal alle Lausbubengeschichten. Ich bin wieder da. Langt schon, langt schon. Die Fernsehnacht mit Hansi Kraus. Am 24. Juni ab 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz. Fernsehen mit Herz.